Schönen guten Abend. Ich bin's Dennis. Ich bin für die ALS Ice Bucket Challenge nominiert und ich finde es eine sehr gute Aktion. Da mache ich natürlich gerne mit. Ja, dann bringen wir es mal hinter uns. So viel Zeit muss sein. Ich nominiere die Miss Österreich in Arkadich. Meine liebe Freundin, Florian Weizel und Christian Barkowski. Schönen Abend. Ich hab's in der Arsch, Ritzer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.